In nur zehn Jahren hat sich die Anzahl der Freizeitkapitäne verdoppelt. Bei so viel Verkehr auf dem Wasser steigt allerdings auch die Unfallgefahr. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Verkehrsregeln gelten und was darf ich überhaupt auf dem Wasser? Wer einen Segel- oder Sportbootführerschein hat, der kann natürlich bedenkenlos mit Wasserfahrzeugen in See stechen. Worauf muss man allerdings achten, wenn man keinen Bootsführerschein hat? Berlin hat 330 und Brandenburg 1700 Kilometer Wasserstraße. Darauf tummeln sich Berufsscheffahrt, Ausflugsdampfer und Sportboote. Es ist also ganz schön was los auf dem Wasser und das kann unter Umständen gefährlich werden, wenn man sich nicht auskennt. Gerade zu Saisonbeginn und an typischen Feiertagen wie Pfingsten kontrolliert die Wasserschutzpolizei die Privatschifffahrt deswegen verstärkt. Ich treffe den Leiter der Brandenburger Wasserschutzpolizei, Direktion Nord. So, da ist ja der Richtige. Guten Tag. So, wenn ich jetzt aufs Wasser will, was darf ich denn alles ohne Bootsführerschein fahren? Bis 15 PS, bis 20 Meter Länge und dann müssen Sie aber bei 15 PS schon aufpassen, dass Sie manövrierfähig bleiben. Kleine offene Boote oder kleine Hausboote, die können Sie dann mitfahren. Okay, auch ohne Bootsführerschein kann ich das also mal ausprobieren. In der Marina Alta Hafen in Sedelnik frage ich nach einem Sportboot. Kann ich da einfach einsteigen und losfahren? Nein, Sie kriegen erstmal noch eine Einweisung von mir. 20 Minuten dauert die in etwa und beinhaltet Ausrüstung und Bedienung des Schiffes, Orientierung und besondere Bedingungen des Reviers und die wichtigsten Verkehrsregeln. Alles, was rot an Schildern sind, sind immer Verbots- und Hinweisschilder, sprich zum Beispiel, wichtigste Zeichen für mich hier auf der Havel, immer Sog und Wellenschlag vermeiden. Oder eben auch mit den Geschwindigkeiten, Höchstgeschwindigkeit auf der Havel 9 kmh. Wenn ich jetzt Sog und Wellenschlag vermeiden will, was muss ich machen? Heißt einfach langsamer fahren. Einfach langsamer fahren. Immer ganz wichtig, wenn Paddler unterwegs sind und man sieht die schon, dass man die Geschwindigkeit runter nimmt, weil dann füllt man die Boote richtig voll und einfach die Rücksichtnahme runterfahren mit der Geschwindigkeit, um denen nicht das Boot vollzuführen. Ja, genau. Dann darf ich in See stechen. Wichtig hier, erst Motor starten, dann Leinen los, damit man nicht unkontrolliert abtreiben kann. Auf dem Wasser gilt wie ein Land das Rechtsfahrgebot. Zu den Vorfahrtsregeln sollte man sich vor der Fahrt informieren. Grundsätzlich geht Berufsschifffahrt vor Freizeitschifffahrt. Segel geht vor Motor. Muskelkraft geht auch vor Motor. Vier Stunden mit diesem 15 PS-Boot kosten 135 Euro. Übrigens, nicht alle Wasserstraßen kann man einfach so befahren. In Berlin herrscht zum Beispiel zwischen Oberbaumbrücke und Kanzleramtssteg ein generelles Fahrverbot für Freizeitschiffer ohne Bootsführerschein. Und im Landwehrkanal sind maximal sechs Kilometer pro Stunde erlaubt. Woran man sich so ein bisschen gewöhnen muss, ist natürlich, dass so ein Boot auf Lenkbewegung immer ein bisschen verzögert reagiert. Man muss also schon quasi vorher wissen, wohin man lenkt, damit es dann, wenn die Kurve oder die Biegung kommt, auch tatsächlich um die Biegung fährt. Das kann für Ungeübte ein Problem werden, gerade weil es in den letzten Jahren immer voller wurde auf dem Wasser. Aber keine Panik, die Unfallzahlen sind annähernd konstant. 2023 gab es in Berlin aber immerhin 124 und in Brandenburg 160 Bootsunfälle. Der Großteil der Unfälle findet in den Mariner statt bei An- und Ablegemanövern und das bleibt zumeist beim kleinen Sachschaden. 2000 Euro ist meistens die Obergrenze, also richtige Totalausfälle oder Totalschaden haben wir so gut wie nie. Wir hatten letztes Jahr zwei Fälle, da sind die Leute leicht verletzt worden, aber sind auch nicht ins Krankenhaus gekommen. Ein Problem sind laut Polizei auch zu schnelle Sportboote. Deshalb gibt es regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen. Also Vorsicht, ab einem Kilometer zu viel kostet es bereits Geld. Das wird schnell richtig teuer. Fährt man zum Beispiel sechs Kilometer pro Stunde zu schnell, können bis zu 150 Euro fällig werden. Was tatsächlich auch immer wieder zu Beschwerden führt, ist das laute Verhalten an Bord. Wenn ich denke Anker, muss ich darauf achten, dass ich außerhalb der Fahrrinne bin, dass ich das Boot beleuchte und dass ich dann nicht endlos Party mache. Wenn ich jetzt mir so einen schönen Partyfluss ausgeliehen habe oder ein Hausboot und dann eine kleine Beatbox aufstelle, das hört man noch drei Kilometer weiter. Und wo gefeiert wird, wird auch meist getrunken. Auf dem Wasser gilt übrigens das Gleiche wie auch im Straßenverkehr. Ab 0,3 Promille kann es, wenn es zu einem Unfall kommt, schon problematisch werden. Spätestens bei 0,5 Promille ist man ordnungswidrig unterwegs. Und deswegen sollte man das eiskalte Bierchen, auf das man sich freut, erst dann einnehmen, wenn man am Hafen sicher verteut liegt. Wer es mit dem Alkohol richtig übertreibt, wird hart bestraft. Der Motorbootfahrer beginnt ab 1,1 Promille eine Straftat, dann ist der Sportbootführerschein weg, beziehungsweise kann auch der Richter als Nebenstrafe den Entzug des Landführerscheins ebenso anordnen. Völlig nüchtern staune ich derweil, was man alles ohne Führerschein sonst noch fahren darf. Stolze Yachten mit mehr als 100 PS, Kostenpunkt ca. 650.000 Euro, Miete pro Woche je nach Modell und Saison, 1.700 bis 3.900 Euro. Sechs Personen können hier bequem übernachten, es fehlt eigentlich an nichts. Allerdings ist daran eine Bedingung geknüpft, der Charterschein. Matthias Kalmutzke vermietet Luxus-Yachten und weiß genau, worauf es ankommt. Der Charterschein umfasst im Endeffekt die Position, wie man sich hier auf dem Wasser verhalten hat, wie man schleust, wir üben das Schleusen, wir üben das An- und Ablegen, wir fahren dann längere Zeit mit dem Schiff, wir üben auch das Ankern, man bekommt Knoten erklärt, die man halt braucht, nur nicht zu viel, dann vergessen viele das was und können es nicht mehr einordnen. Das sind so die wesentlichen Sachen und bei der Fahrpraxis wird halt Wert darauf gelegt, dass man das so beherrscht, das Schiff, dass man es auch heil wieder zurückbringt. Rund drei Stunden dauert das Ganze und der Schein gilt nur für den jeweiligen Urlaub, muss also bei jeder neuen Schiffsmiete neu abgeschlossen werden. Und wie fährt sich nun so eine große Jacht? Das probiere ich natürlich aus. Das Boot fährt trotz der hohen Leistung bedingt durch seine Größe maximal auch nur zwölf Kilometer pro Stunde. Auch nach der langen Einweisung bleibt es ein großes Boot. Ja, es ist wirklich nicht nur lang, sondern auch relativ behäbig. Also von sportlichen Lenk- oder Steuerradreaktionen kann man hier keineswegs sprechen, sondern hier geht es tatsächlich um Ruhe. Ja, es wird auf jeden Fall eine gewisse Übung erforderlich sein, bis man mit so einem Ding dann auch wirklich sicher unterwegs ist. Erst dann kann man völlig stressfrei die Natur genießen. Wer im Sommer aufs Wasser will, sollte so ein paar Dinge berücksichtigen. Erstens, klein anfangen mit so einem kleinen Sportboot, muss ja nicht gleich eine riesengroße Jacht sein. Zweitens, vorab ein bisschen informieren über die grundsätzlichen Regeln, die auf dem Wasser gelten. Drittens, die Einweisung des Bootsvermieters ernst nehmen. Und wenn man das beherzigt, könnte man ja vielleicht dann später auch noch den Sportboot Führerschein machen. Und eins steht jedenfalls fest, es macht einen Riesenspaß, auf dem Wasser unterwegs zu sein und das natürlich vor allem sicher.